Willkommen zu Monis magischer Adventszeit und Türschirm Nummer 23. Das ist jetzt kein Secret aus den Walt Disney Studios oder dem Disneyland Paris, sondern ich zeige euch jetzt meine Top 3 Fotolocations aus den Walt Disney Studios und dem Disneyland Paris. Und wir fangen an mit Nummer 1. Hier dieser wunderschöne Brunnen in den Walt Disney Studios. Mein zweiter Secret Fotospot ist hier direkt vor dem Schloss. Ihr könnt es sehen es sind sehr wenig Menschen da und man kann das Schloss tatsächlich ganz drauf bekommen und im Weitwinkel sieht es noch besser aus. Und der letzte Fotospot, den ich wirklich ganz ganz toll finde und der tatsächlich selber versteckt ist hier auf der Main Street, ist dieser Balkon. Wenn du mal nach da schwenkst, seht ihr ungefähr wo ihr ihn finden könnt. Da ist das Market House Deli. Und zur Linken findet ihr den Motorsports Klamottenladen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020